Ja, ich weiß, meine Musik war zu laut, Mama. Keiler Song, oder? Banger Song, ja. Auf der einen Seite würde ich gerne mit dir spielen, weil ich dann dabei bin, wenn die erste V2 in Deutschland gezündet wird. Aber Kiwi, war vor dir? Ja. Keine Ahnung, Alter. Auf der anderen Seite... War ganz richtig, dass wir das nicht machen. Denk ich nur, so direkt zu Support zu spielen. Weiß ich nicht. Einen Spaß, das ist ja gar nicht so. Nee, mit Fake spielt man ja nicht Support, nur halt wenn der aufstreakt ist. Also wenn der... Wenn es possible ist. Also jede Runde. Es wird echt gerne mit Felix spielen heute Abend. Felix, wie fandest du meinen Einschnitt von meinem letzten Video? Ich bin sehr leise. Ist aber D-Rock laut. Kann den Film mal ein bisschen lauter machen. Vielleicht kannst du ja D-Rock muten dann. Felix, wie fandest du den Einschnitt in meinem letzten Video? Sehr geil. Es kann nicht sein, dass ich ihn nicht gesehen habe. Bro, du guckst ihn so zwei Sekunden an. Und ich lauf dann auch einfach weiter. Das ist ja nicht so, was ich sehe. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Das ist ja nicht so, was ich sehe. Nein. Oh mein Gott. Miss Perfect. Oh mein Gott. Nein! Wie du gefinished worden bist, das ist... Nein! Nein! Ja, von den Top-Ligen halt. Ja. 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 Ja, natürlich. Ja, natürlich. Aber Bro, deine Reaktion war so geil. Was ist denn passiert? Ich würde spontan sagen, ich bin in einem MW wirklich, wirklich ultra dumm zwei vor Triple gestorben. Also wirklich, ich bin auf den größten Shit dazugelaufen und wirklich geradeaus zugelaufen. Ich habe ihn nicht gesehen. Einfach zu seinem Film. Ja, safe. Aber das hat man manchmal, dass man so Tunnelblick hat, ja. Kennt ihr das von früher noch, als diese Tunnel so in waren? Also jetzt, unironisch, bis in den Ohrläppchen? Hast du? Ich hatte mal ein Septum früher. Was? Ich fand das schon als Kind nicht so geil. So jeder wie er mag, aber ich fand's nie geil. Ich muss auch ehrlich sagen, ich fand's nicht geil. Deswegen ist mir eine Nase auch ein bisschen krumm. Nein, als Maul. Ja, ja, so innen drin, da ist sowas, da war es so entzündet und seitdem ist das so ein bisschen Unso wie. Chill. Chillig. Ich bin kaputt, ich bin kaputt, ich bin kaputt. 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 Sorry, ich musste da gerade noch irgendwas machen. Ich wollte irgendwas erzählen, aber ich hab's nicht weiß. Ja, komm hier, ich hab Geld gejuckt. Erzieh mir hier. Mg3 nachts wirklich geil. Mg3 nachts wirklich geil. Mg3 nachts noch ne Drohne kaufen. Vielleicht poppen direkt? Nee, 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 nee. Wieso nicht? Lass doch gern. Frank wird Hauptbahnhof. Sehr chillig. Okay, D-Rock läuft scheinbar. Nein, 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 sorry. Ich dachte das Braum lieber. Nimm Killauftrag und Auto. Und Auto, genau. Wie kann man so wenig mitdenken wie D-Rock manchmal? Er läuft einfach weg. Ich wollte das Bounty holen. Auf korrekt. Ich wurde grad fast wirklich betrogen von dem Spiel. Aber das hat ihm geschmeckt, denke ich. Ich würde auch schon mit holen. Ich werde aber noch tausend Mal sterben, wegen das gute Firetime. Ich muss jetzt mal kommen. Hier haben wir es. Wir sind perfekt. Die nehmen ich gleich. Dig, was machen die auf Eckwhite eigentlich die ganze Zeit? Wo ist die RedDoor? Nein, lass die auf Eckwhite. Das ist Miss Perfect. Die muss ich holen. Der hat ne Mine da. Der hat ne Mine da irgendwie. Am Eingang. Die campen wieder richtig krank. Was für ein Ding? Wo sind die denn hin hier? Jaja, das ist perfekt, safe. Die hole ich, die hole ich. Ich hab noch ein Hühnchen mit der zu rupfen. Nachricht erhalten. Warte, das bin ich ungeil. Wie viele sind das? Sie kommen runter. Ich brauch Platten, ich brauch Platten, ich brauch Platten. Alle tot. Hier oben ist Loot. Das war sie tatsächlich by the way. Hallo? Ach, du bist wieder Nock? Ja, ich kann mal. Ich hab ne Sam-Tex abbekommen. Man sieht, wenn einer Nockt ist, übrigens unten links. Ja, Bro, ich hab mich grad geholt. Ich wusste ja nicht, dass du direkt ins Nock bist. Ja, ne, ich sag ja nur, falls du es nicht erkennst. Ja, und ich sag ja nur, dass ich dich grad gerest hab und dachte, du bist am Leben. Hm, ein bisschen weniger denken, D-Rock. Ich dachte tatsächlich, dass ich dich grad gerest hab und du nicht wieder ins Nock bist. Ne, weniger denken. Oder weniger Nock gehen, das wär auch okay. Ist wie der Titi wie Cottbus, er wollte mich grad auf 70 Meter mit Hauer töten, glaub ich. Also das ist jetzt unser Way to go. Du weniger denken, ich weniger Nock. Handshake. Da geh ich mit. Wo war die Retta? Wie Karnevalszüge. Ganz kurz, ich möchte mal nen Call für heute Abend machen. Ja? Ich erinnere mich gerne an jemanden zurück, gegen den ich mal in Bio 4 gespielt hab. Dark Dragon hat Probleme. Dark Dragon hat Probleme, by the way, ja. Weil sie ihn heute Abend treffen. Und er die erste Nuke der Welt kassiert. Was wär lustig. Im Ernst in der Lobby. Tut mir leid. Das ist semi gut gegangen. Das war... Jörg, jetzt sind übrigens beide Nock, tatsächlich. Ich hol nur Felix. Ich hol Finkl, das ist meine Schuld. Ey, warte. Die haben vielleicht nen Advance gehabt. Auf jeden Fall, könnt ihr euch bildlich vorstellen, dass ich... Ich hatte mal in einer Runde Bio 4 so 300, so eins oder sowas. Hab die Gegner halt so mit AC-130 gespawntrapped. Und jemand wollte mit Shotgun meine AC-130 geilen. Die Jungs, die Passion brauch ich heute Abend. Er wollte mit AC... Nein, er wollte... Mit Shotgun wollte AC-130 geilen. Die brauchen wir. Die Passion brauch ich heute Abend, Digger. Wir boosten direkt rein. Das sehe ich uns. John und ich haben uns so nen Masterplan schon gemacht, wenn die uns ficken wollen. Wir suchen so... Wir suchen so... Wir spielen Duo zusammen. Wir spielen vier Neffen und Reverse Boost mit unseren Mains auch. Und spielen VPN. Wir sind wirklich gewappnet. Mit allen Wassern sind wir gewaschen. Ich bin tot! Nein, er findet... Ah... Warum ist das denn deren Loadout da? Na ja. Wir müssen... Wir müssen anfangen Reverse Boost und Smurfen zu nennen. Dann ist das nicht mehr so negativ behaftet. Ja, safe, safe. Ja, safe, safe. Ich meine, Reverse Boost ist ja... Also machen ja... Die ganzen... Oder noch jetzt? Weniger knock hat schon mal nicht funktioniert. Ich hab richtig Bock auf das schöne Playstation 4 Gameplay heute Abend. Freue mich richtig drauf. Digga, hey man... Habt ihr auch so stark Gegner die ganze Zeit? Das ist so gejingst. Digga, es ist halt wirklich krank wie die sweatern die ganze Zeit. Nein! Nein! There is no One-Shot! Phil bitte! Phil bitte! Phil bitte! Ich hab so gejokt! Big show mich mal bitte. Sorry Bro. Ach man, ich hab so gejokt. Ich hab so gut gespielt und dann einfach aufgehört zu denken. Ja, ich hör auf zu denken. Äh, ich hör auf nicht zu denken eigentlich. Ich hör auf nicht zu denken eigentlich. Hallo, steck aus. Da wurde einer gekauft. Nein, wer... So einen brauchst du für ihn, sagst du? Oh mein Gott. So leckst du in letzter Zeit. Bro, den hab ich eben schon mal getötet. Ich hab schon was gemacht eben. Kannst du mich kaufen und einen Drop bitte? Noch einen Drop willst du? Jaaaa. Er hat so süß bitte gesagt. Bitte. Nein! Einmal! Boah, ich zahl auch ein Fünftel vom Drop. Kannst du mir gleich geben. Wir nehmen den mit in die Zone. Ja. 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 Ich bin auch Airbot. Wolltest du mitnehmen? Warte, ich nehm die Platte hier mit. Ich hab meine Platten. Ich bin auch reich tatsächlich. Der steht bei. Die will ich für dich. Hast du ne SMG-Demode, die du mir droppen kannst? Ein weiser Mann sagt immer, wenn du keine Bots findest, dann bist du selber der Bot. Plus eins. D-Rock auch nice TikTok-Kommentare heute hier. 596. Ja, ja. Also das hat mir heute wieder den Rest gegeben. Ich schmeiß hier den Lodi. Einfach unter Shrouds Gameplay so. Ich würd's ja verstehen, wenn's irgendein... Der Ding hat das mir ja nicht mal aufgefallen. Ich hab nur die Kommentare gelesen. Ich hab's gar nicht in Frage gestellt von wem... So und jeder weiß ja, dass Shroud wirklich gestört ist. Ja, One-Shot im Auto. Shroud, Shroud okay so. I guess. Ja. Kann mir jemand einen SMG rauslegen? Oder... Leg ich gleich, aber kannst du ganz kurz abwarten? Ja, ich hab nur gefragt, ob jemand hat. Wollen's zwei Leute? Wollen ich jetzt keine Stunts mehr? Scheiße. Schlecht ist es dann meines Lebens, den hinten durchgezogen. Wir waren doch gerade das los. Wir waren doch wirklich weg, D.E. Ja, warte, ich geh zum Auto. Ich brauch Stunts. Kannst du mir dann noch die SMG geben, bevor du weggehst? Ja, ja, ja. Deswegen will ich ja gerade. Zurück. Ich liebe dich. Wie sind das Shield Breaks, Chad? Vielleicht musst du auch den Kopf treffen. Echt? Als One-Shot Headshot? Genau. Mit Unterlauf, Felix? Sehr übel. Sehr übel OP. Ja, das ist meine alte Klasse. Ja, das ist wirklich OP. Ah, okay. Schade. Das ist aber dieser Movement Speed Patroulinggriff. Ach so, ach so. Das ist krass. Ich dachte krass. Auf dem Berg. Links von euch. Wo? Da. Da, da, da. Da wo die Punkte sind oben auf der Map. Siehst du D-Rock? Da sind die Gegner quasi. Ja, ja. Mach mal die Markierung weg, dann würde ich die Gegner besser gehen. Knock, 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 knock. Mach mal die Markierung weg, bitte. Auf Messer. Ja, warte. Cool. Auf. Oh mein Gott. Das ist Dreck neben dir eingeschlagen. Felix hatte ich mich. Nee. Ey, es ist so ein Mist. Weil ich diesen Scheiß Berg nicht hochkomme und er hatte Spezialmoniprofrog. Ach, Digga. Wir haben ihn. Du gehst auf's, was vielleicht schon. Ja, ich hab's mir. Verbrechst du dich? 세�idum? Pass auf, der eine Gegner hatte, die äh, und er ist so eine leichte weiter als bei dir. oh mein gott es blitzt und gewettert gewettert ja gewettert ja ich weiß meine musik ist zu laut mama einer top wie haus noch märchen die gleichen oh nein ein gewetter zieht kommt er mir entgegen die andere seite hoch das geld die ecke gestorben alle bei mir muss ich jetzt bleiben oder was Komm schon, das haben wir jetzt zusammengespielt, ich hab wirklich so die Schmerz gefressen damit du da von hinten Ne, alles gut, alles gut, alles gut, das sagen sie das, haben wir gut geplayt Ne, ich meinte, weil du hast mir mal beigebracht, dass man den Teammate, wenn er auf dem Boden liegt, reviven muss Ne, das hab ich dir noch nicht beigebracht, aber du hast schnell gelernt Ja, Kurs geht raus, hat auch einen guten Lehrer Ne? Phil, komm mal ein Drop Du siehst aus wie Sido Ist der nicht aus wie Sido, oder? Du siehst Öl aus wie Sido, also Real Talk Nein, also gar nicht wie Sido Ey, Chad, sag mal ehrlich, die Jungs sieht aus wie Sido, oder? Ich brauch meine Stunts wieder Äh, Felix, wir haben dir hier einen Drop gekauft, auch korrekt Äh, ich hab schon einen Dings, ich konnte den anderen noch nehmen Ah, okay, bei dir sind Gegner Alles Mist Komm mal eine Drohne an Ah, bleibt da, bleibt da, bleibt da, bleibt da, bleibt da, ich leg die ab Ist der da geblitzt? Das war ein Headshot? Nein, hinter mir Ja Ich hab nicht auf den geachtet Ah, er hatte auch Geist, nevermind, hab nix gesagt Geist ist geil Geist ist geil Geist ist geil Ah, meine Mama, hab ja gesagt Dior, kannst du nicht kaufen? Ich kann dich gerne kaufen, Chad Kuss geht raus, raus geht raus Ach, Digga, die spielen auch richtig eklig mit Sniper Aber das Geile ist, wenn man selber snipe und Shotgun spielt, dann fuckt man sich nicht so drüber ab, wenn man da startet Was ist mein, mein Ziel dahinter Du hast halt auch einfach ein Counterplay, weil du die halt zurücksnipen kannst Ja, so zum Beispiel, was ist denn? Wow, der eine lasert ganz gut mit dem Nein, 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 ja, ich darf nicht, ich darf nicht, sie sind zu dritt, einer hat Geist von denen Einer snogged Ja, ja, ja Versuch dich mal zu flanken Der eine ist hinter dem Stein Ja, ja, der ist da die ganze Zeit Wie eine kleine Ratze Deine Mose Wer beweift denn jetzt im Haus? Ist immer noch hinter dem Stein Ich glaube, er ist ein bisschen weggerind Jaja Nein, 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 er hat es, er hat es Boah, ich habe überlebt Wir sind wieder zu dritt Ich bin wieder tot Dior, kannst du mich nochmal kaufen? Ich brauche nicht an meinen Loot, im Fenster, unten im Fenster ist der Ja, äh, Speedbrake, Speedbrake Der ist drei, der ist ein bisschen zu fett, kacke Ach du mal D-Rock League End D-Rock League End Äh, Phil, kauf mich mal schnell noch links, bitte, bitte, bitte Sonst komm ich nicht in meine Bahn Yes, Sir Yes, Sir Ja, ordentlich Speedbrakes verteid hier Oh Äh, Kathrin, dann Gute Besserung, leg dich ein bisschen hin Und, äh, mach den schönen Tagprozess Musst du noch arbeiten, oder hast, Kathrin? Wir finischen Soll ich den Drop kaufen, Felix? Ähm, ne Job kommt gleich Okay Korrekt wäre korrekt, aber noch korrekt Aber Okay Oh, scheiße, dein Cut leg dich ein bisschen hin Und, äh, hoffentlich gehen die Kopfhörer zu weg Mit der Besserung focus Armer D-Rock, dass so ne Legende, was mit Sido verglichen wird Mmm, ja,Sido sieht ein bisschen aus, wie ich habe ich gehört tatsächlich Ja ich bin hinterm schreien aber ich werde trotzdem geholt Grüße Hannes Wo bist du? Oh mein Gott! Nein Achso! Nein, beide geship-breakers. Hast du beide die Rücken? Nee, nur einen. Ich habe den einen gerade auf 7.000 Metern gesnipet. Ja. Einer muss das bitte klippen. Genau da, genau da. Nee, den habe ich, den habe ich. Also den einen. Ich weiß nicht, wie viele du da genockt hattest. Einer von links. Jaja, hier ungefähr. Habe ich die Kugel gesehen? Ja, im Hangar ist er drin. Hier ist der Letzte. Falls die kein Self haben. Im Hangar ist der Letzte, wenn die keinen Self haben. Oh mein Gott. Einer läuft links zum Stein. Ja, dann hatte der Self. Natürlich. Ist auch rüber geschossen. Ich dachte sie, du bist im Angelcamp. Was machst du hier? Ach du Scheiße. Wir hatten alle Self. Wir hatten alle drei Self. Und Felix gönnt die sich jetzt auch korrekt. Aber ich gönne. Aber ich gönne. Ich gönne aber. Du hast so Auge gemacht eigentlich. Wir haben sich grad ein bisschen schlabbern lassen. Ach chillig. Ich tue mal ne Juha auf. Ich hab safe kein Geist. Ich weiß nicht. Also ich spiel nur Shotgun und Sniper. Und ich habe jetzt 12k jetzt schon. Albern eigentlich, oder? Schon albern, ja. Das ist jetzt nicht mega krass. Aber es ist schon zu viel für diese Kombination eigentlich. Nein. Kein, gut. Vor der Runde hat jemand geschrieben. Das ist kein Pipher. Wenn ich gewinne, doch doch. Das ist… Moment, einfach Zuschauerangelung. Jemand hat gemeint bei Win gibt es fünf Subs. Einmal wenn wir nicht gewinnen müsste ich 5 Subs giften. Dann habe ich gesagt, nee ist es so ein bisschen… so also wie unwahrscheinlich ist das jetzt erst oder muss er dann hier drin er muss doch hier sagen eigentlich ja die fuß einfach runde verloren er bestellt jetzt helikopter oben in den wald einfach holt ihn da oben ab hier ist er doch wirklich weil er kann es über verstecken er geht so huge gerade seine team richtig wird die lachen sich gerade richtigen psn party kaputt ja wirklich wollen der psn voice chat wir sind alle zehn mal vorbeigelaufen die lachen sich schlau gerade der verarscht und so nein das gibt es ja gar nicht und ich bin bestimmt der aber der fünf waren ihm vorbeigelaufen ist und ihn nicht gesehen hat ich hatte kein kaltbütiges händler ja sie soll jetzt mal auf den schießen gelangt jetzt mal ein keinst im bug so was gibt es nicht mehr sagt niemals nie nein so was gibt es nicht egal weil die so und so viel schaden macht nein er spielt mit uns er spielt wie ein schmetterling das ist ja hier also sehr quatsch was hier gerade passiert er raubt uns gerade so die zeit so ein schlechter stundenlohn wegen ihm es ist auch will ja oh dass dass die das das ich glaube endgame lad ich an kathol ja wirklich er hat uns einfach so hoffs genau die ganze zeit ich war dreimal in diesem hangar er war dann nicht vorher jungs ganz kurz was war wie hieß das ding noch mal was man im bo2 immer in die hand genommen hat als taktikgranate wenn man sich versteckt hat ich habe gesagt im bo2 hat man sich doch um sich so zu verstecken immer so was in die hand genommen ja das war dings hier das wo du mit dem moment du hacken kannst ja ja und black hat black hat genau ja damit du hacken